Hallo liebe Fußballfreunde, mein Tippspiel 18 Spieltag 2023 Fortuna Düsseldorf gegen Magdeburg Fortuna Düsseldorf gewinnt mit 3 zu 0 Karlsruhe gegen Baderborn Karlsruhe verliert mit 2 zu 3 Heidenheim gegen Hansa Roskog Da wird ein Unterschied werden mit 2 zu 2 Holstein Kiel gegen Kräuterfurt Holstein Kiel wird gewinnen mit 2 zu 1 Darmstadt gegen Jan Regensburg Darmstadt wird gewinnen mit 2 zu 1 Darmstadt gegen Jan Regensburg Darmstadt wird gewinnen mit 2 zu 0 Hannover 96 gegen Kaiserslautern Da kann ich euch sagen wird ein Unterschied kommen Davon Davon 2 zu 2 3 Er trifft den Nürnberg gegen Sapauli Darmstadt gegen Kaiserslautern Da schätze ich mal Auch an Unentschieden 1 zu 1 Arminia Bielefeld gegen Sandhausen Bielefeld wird gewinnen mit 3 zu 0 Darmstadt gegen Kaiserslautern Hass für Hamburger SV gegen Eintracht Braunschweig Hamburger SV gewinnt mit 3 zu 2 Weltspannend Viel Spaß von diesem Video Kann gerne eure Tipp in Kommentare reinschreiben 20 Uhr alle 50 Achtung 45 45 46 40 Vielen Dank.